Veränderung kann nur passieren, wenn jeder etwas tut. Insbesondere große Unternehmen müssen ihr Vorreiter sein. Bei Bane habe ich die Möglichkeit, persönlich positiven Einfluss zu nehmen. Das schätze ich sehr. Aktuell arbeite ich für unsere Nachhaltigkeitsinitiative The Mission. Innerhalb des Projektes unterstützen wir junge unternehmerische Talente, Nachhaltigkeitsfragen in unterschiedlichen Branchen anzugehen. Gemeinsam mit den Studierenden, Startups sowie Unternehmenspartnern hinterfragen wir den Status Quo, um neue Lösungen zu schaffen. Ich helfe zum Beispiel bei der Vorbereitung sowie Durchführung von Upskilling-Workshops, übernehme Coaching sowie inhaltliche Guidance. So wird aus einer anfänglichen Idee ein Business-Konzept, welches mit den Unternehmenspartnern sowie potenziellen Kunden validiert werden kann. Innerhalb unseres Teams verfolgen wir alle dasselbe Ziel, mit unserer Arbeit einen nachhaltigen Beitrag zu leisten.